Yo moin, es ist mal wieder 7 Uhr, ich habe mal wieder die Nacht durchgemacht, aber ich habe Fortschritte gemacht, aus der Projektidee in Cinema 4 die alte Yokohama-Map nachzubauen, sorry für die Geräusche, meine Katze dreht gerade durch, was mir dann relativ gut gelungen ist, was ich auch relativ geil fand, kam die Idee auf einfach ein Unreal Engine, das Ganze weiter zu verfolgen und einfach ein komplettes Game draus zu machen, so dass ich dann einfach durch Yokohama-Belich durchlaufen kann und ich würde sagen, falls ihr da Bock drauf habt, lasst ein paar Kommentare da, wenn nicht, dann nicht, keine Ahnung, es ist 19h07, mein Schlafrhythmus ist so gefickt, ich war, ich weiß nicht mal was wir für einen Tag haben, auf jeden Fall vor zwei Tagen, war ich knapp 40 Stunden wach, dann bin ich um 3 Uhr nachts pennen gegangen, habe irgendwie über 15 Stunden geschlafen und jetzt bin ich wieder seit fast 24 Stunden wach und jetzt baue ich mir hier so ein eigenes Game, es ist so krank, naja, ciao und jetzt bin ich wieder, dann bin ich wieder so und jetzt bin ich wieder, dann bin ich wieder so